Der VfL Bochum ist die positive Überraschung der zweiten Liga. Ungeschlagen Tabellenführer, fünf Siege, zwei Unentschieden. Beste Laune also tief im Westen. Von wegen. Auf der Pressekonferenz ging Trainer Gert-Jan Verbeek nun auf die Boulevardpresse los. Die hatten ihn unter anderem mit den Worten zitiert, wir sind angetreten, um Meister zu werden. Zu viel für den Niederländer. Warum schreibt ihr dann immer solche Scheiße? Warum spielt ihr immer zwei Parteien gegeneinander raus? Selbst wenn Flüchtlinge das wissen, hey, ihr seid ja Arschlocher. Das seid ihr. Was geht dann über die Niederländer? Was geht sich mit der Hand? Ja, ey, du bist, du arbeitest vom Bild, oder nicht? Du bist auch, ja, und dann sitzt du hier vom Bild. Ja, und du schreibst immer falsch. Ja, 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 ja. Jetzt sind auch alle die Fensterhöhne. Ja, du bist unglaublich. Es geht immer, immer wieder. Ja, immer willst du gerne zwei Parteien haben, die gegeneinander stellen. Immer. Ja, ja, und ihr lügt auch noch. Das ist der Bild. Hat Sport1 gelogen? Sport1 gelogen? Das steht auf der Homepage. Ja, es ist gleich dasselbe. Hey, höre mal zu, was ich in vor dem Kamera gesagt habe. Der Ambition der VfL, ja, ist Aufstiegs zu machen. Ja, und ich muss immer sagen, ja, das habe ich jetzt erklärt, ja, man muss immer gehen, ja, für Meister zu werden. Ja, aber in dieser Saison wird es nicht schaffen, dass wir Meister werden. Die Qualität haben wir nicht. Klar. Das habe ich auch nicht gesagt, dass wir aufsteigen müssen. Das habe ich auch nicht gesagt. Man muss die Ambition haben, und das erkläre ich dir nochmals, ja, schlechte Lehrlinge müssen immer, ja, viele Malen dasselbe gesagt haben. Ja. Ja, wir wollen gerne den Aufstieg machen. Wir haben die Ambition, um den Aufstieg zu machen. Ja, aber das Ziel ist nicht, den Aufstieg zu machen. Das ist ganz was anderes. Das ist ganz was.